Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Dungeons & Dragons Online. Wir sind immer noch in der Haus Carnies Manufactory unterwegs. Nachdem wir jetzt die Wilderness Areas gemacht haben, gehen wir direkt rein in die erste Quest. Das ist Powerplay und das ganze wie immer auf Elite. So und zwar kann die junge Dame hier so eine Energiekristalle zerstören. Dabei müssen wir sie so ein bisschen beschützen und begleiten, diese blauen um die geht. Okay, so also einen haben wir jetzt schon mal angemacht. Also mal schauen. Am besten hier rum. Ich glaube das sieht gut aus. Ich glaube das sieht gut aus. Ich glaube das sieht gut aus. Champion Kalani. So, weiter geht's. So, weiter geht's. So, weiter geht's. So, dann gehen wir hier hoch. So, weiter geht's. 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 So,이�ille. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war der Weg mit den ganzen Fallen, deswegen gehen wir mal hier lenken. Das war der Weg mit den ZDF, 2020 Das hat sich jetzt zusammengebaut. So, den West haben wir, dann gehen wir hier. Oha, jetzt bleibt es hier. Das war der Weg mit den ZDF, 2020 Das war der Weg mit den ZDF, 2020 Das war der Weg mit den ZDF, 2020 Okay. Okay. West Access Level 1, okay. Da fehlt dann ja noch der zweite. Let's fight her. Okay. 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 Der Gegenstand hat irgendwie animiert Stille Oh, ich dachte jetzt hier wären Leather vielleicht noch Weiß gar nicht Weiß gar nicht Ja, zurück Kann man durch War nicht hier noch War noch eine Kiste Ah, da ist der zu Das war, da ist das Oh, ja Die Der ich will eigentlich erst mal aber machen die möchte ich ja eigentlich erst zuletzt gehen wir mal jetzt hier lenken da war nur das schreien wo ist sie denn jetzt? sie macht jetzt wahrscheinlich da oben aus da ist sie sehr gut da kommen wir an den oben sind noch glaube ich welche und hier nach ich möchte aus Ja. Was ist denn her? Yeah, I'm built for tanking VR at the moment, over in the Haunted Hall, so my reflexes through the roof. Ah, you must be close, Steelthorn gloats. I can smell your fear. Yeah, it's done, eh? Steelthorn gloats, loyal to the last. It's clear from the absolute devotion of your fallen enemies. It will be no easy task to remove the Lord of Blades from this manufacturing. Ja, liebe Leute, das war Powerplay auf Elite. Wir fangen an, Bladeforged langsam zu bekämpfen. Ich hoffe, ihr schaltet ein, wenn es weitergeht in der nächsten Quest. Bis dahin, bleibt mir treu. Oh yeah, the one of the Power Crystals has been destroyed.